Wir haben hier im Mai 2022, jetzt schon zwei Jahre her, an der Aktion unserer Dorfer Zukunft teilgenommen. An der Aktion damals waren das erste Mal drei Landkreise daran beteiligt. Früher war das ja nur von Waldeck-Frankenberg. Damals war der Landkreis Werra-Meiß nach dem Hochtaunus und da haben wir den, wie ich finde, sehr guten Förderplatz belegt. Der Förderplatz hat uns damals ein Preisgeld von zweieinhalbtausend Euro eingebracht. Da haben wir zweiradlang überlegt, was machen wir mit dem Geld? Wir haben da verschiedene Möglichkeiten, aber wir hatten ja zu dem Zeitpunkt da schon den Kirche-Moturplatz gerade saniert und renoviert. Dann haben wir uns überlegt, wir hätten gerne Drehbänke. Und blauäugig, wie ich damals war, bin ich zur Stadt gegangen und habe gesagt, was kosten so zwei, bestellt die mal. Und da sagten wir, die Frau Reis kostet eine, die, ich glaube, am WDU-Park stehen, kostet so um die dreieinhalb, viertausend Euro. Ja, aber so viel Geld haben wir natürlich nicht. Haben wir gesagt, eine Bank ganz schmal machen, das ist auch schlecht. Und da hat sich dankenswerterweise der Karl krass mit eingeschaltet, mit einem unserer Yachtpächter gesprochen. Und ja, die haben uns jetzt, man kann es ruhig sagen, Karl, die haben uns quasi zwei Bänke jetzt für 2.000 Euro gebaut. Wir als Ortsbeirat haben die in Eigenleistung aufgestellt und montiert, haben aber auch Unterstützer gehabt. Marco Battefeld hat uns den Fuß verlängert. Das haben wir auch hier erst gesehen, der musste verlängert werden. Der Markus Hoffmann hat uns dankenswerterweise in Beton gespendet, sogar gemischt und auch gespendet. Das heißt, da mussten wir nicht selber, nicht selber mischen und schippen. Und wir haben uns halt diese beiden Standorte hier ausgesucht, weil man hier wirklich einen 360-Grad-Blick hat. Und ich glaube, da macht auch nur eine 360-Grad-Bank Sinn. Das eine hier, für uns Geismar heißt das hier oben das alte Osterfeuer und die andere Bank ist hinten in der Feldgemarkung Rädchen. Wenn man es ganz genau nimmt, steht die drei Meter Frankenberger Gemarkung, aber das ist es. Das war es uns wert. Das war es uns wert. Aber wir wollten die Chance und die Möglichkeit auch einfach nutzen, das, wie gesagt, erstmal mit der Presse, aber auch Ihnen freu ich es mal zu zeigen, uns bei den Stützern zu danken. Wir haben uns eben mal kurz geschlossen, also wir würden da mal irgendwann mal abends kurz rumschreiben, das Wetter ist heute Abend nicht so gut und wir haben ja gleich noch eine Zweiradssitzung. Wir würden nochmal rumschreiben, wir würden das auch nochmal mit einer Flasche Bier noch mal abends einladen. Dann treffen wir uns hier nochmal oder hinten am Rädchen, gucken wir, überlegen wir uns nochmal, aber erstens, muss das Wetter ein bisschen besser werden. Wir gucken, wir gucken dann mal, wie es passt. Ja, das war auf meiner Seite schon alles. Jetzt sag mal hier vielen Dank. Danke an die uns bei Rassel-Friedern. Ich kriege die Gelegenheit auch gerne mal nutzen und zu sagen, das ist genau das, was das Landleben hier ja ausmacht, ist dieses Engagement, dieses Ehrenamt, die kurzen Wege, die wir hier haben und man sieht, was da herumkommt. Der Sarkast in mir hat sich gefragt, unser Dorf hat Zukunft, es gibt einen Preis und es wird eine Liegebank. Hat das eine Bedeutung entweder für die Demografie oder für den Nachwuchs? Wir werden sehen. Aber insgesamt finde ich das super und finde auch super, dass Sie das Engagement gezeigt haben, sich dafür überhaupt zu bewerben und mitzumachen. Weil genau das sind die Kleinigkeiten, die dieses Leben hier so interessant machen und wunderbar machen. Und das soll es von mir auch gewesen sein, weil Sie sind die starbste Garten. Ich kann mich nur dafür verneigen und sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie sich alle so engagieren und das auch ganze finanziell und mit Muskelkraft auch immer, Arbeitskraft noch unterstützen. Das ist wirklich eine große Klasse. Das ist wirklich eine große Klasse. Das ist wirklich eine große Klasse. Das ist wirklich eine große Klasse.